Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal KehrsIncredible mit. Und zusammen gucken wir uns weiterhin T-Pop an. Die thailändische Sängerin Ersiam Krathay hat ein neues Video rausgebracht mit Bone Pham, also den zwei männlichen Sängern. Und ja das hat sie schon vor ein paar Monaten rausgebracht gehabt, aber wegen Lockdown, Corona, die Stars konnte sie Fan-MV dazudrehen. Und jetzt endlich ist es draußen. Bin sehr gespannt wie das MV ist, das liegt hier vielmehr schon. Ja, ich bin gespannt. Fangen wir an. Also wir haben jetzt schon zwei Reactions gemacht, eins mit dir sogar, Goddess. Das war ja echt geil. Das höre ich immer noch ab und zu. Okay. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Das ist aufwendig. Oh mein, was ist so höchst. Ah, was ist so höchst. Was ist so höchst? Okay. Danke. Oh mein Gott. 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 Okay. wie süß sie lächelt ihr smile ist ja zucker oh mein gott das dringt mit grinsen oh mein gott gefährlich ich glaube es geht um ein spiel ja free fire ja anscheinend ich habe es auch in einem indischen video gesehen gegen so ein free fire ich dachte so was ist das weil ich habe das schon aus thailand gehört aber anscheinend spiel ja interessant habe ich nicht so gehört ja das passt gut du bist ja 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 die wurz doch richtig nice und die kreppich so du bist ja ja auch du bist ja du bist ja du bist ja das kommt ja Achja, wusstest du, hab ich dir gesagt, dass sie auch, dass sie vorher Boxerin war, sogar? Echt? Ja. What? Nach wurde sie wohl da zum Singen gebracht. Krass. Also sie ist wohl Multitalent. Ja. Deswegen ist es mir dann eingefallen. Ich finde auch, dass sie lustig. Mach mal ein Geil. Diese Figur ist auch richtig nass. Das ist irgendwie voll so ein gute Laune-Song irgendwie. Ich mag auch, wie sie... Ich denke, die Papiere... Ich liebe die Facial Expressions die ganze Zeit, echt. Ich bin schnell. Nice. Cool. Anders von Zeichen. So, keine Ahnung. Free Fire. Ihr habt es ja mehr in den Post. Danke an das Spiel für dieses Lied auf jeden Fall. Also Musikvideo war auch echt stark. Also war echt geil anzugucken, finde ich richtig schön. Und Kratay Erksian war echt Hammer. Wie immer. Entschließt so. Wie kann man so hübsch sein? Oh mein Gott. Liken wir. Charisma. Liken wir auf jeden Fall. Schreibt gerne eure Meinung zu dem G2-Video in die Kommentare. Falls ihr noch eine andere Reaktion zu ihr angeschaut habt. Guckt mal vorbei und... Ah, bis es da runterkommt. Immer noch geflasht. Und, ja. Vergesst nicht zu liken, falls euch die Reaktion gefallen hat. Und abonnieren für weitere T-Pop-Reactions. Sehr ganz Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay happy und bis zum nächsten Video. Bye bye. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.